Das wäre episch geworden, wenn wir dann beide das geschafft hätten, aber leider. Wie geil war das denn? Wir dürfen nicht so dicht nebeneinander fahren eigentlich. Danke. Gott, ja. Geil war das denn, Alter. So, jetzt muss es eigentlich passen. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online. Heute einen 8%igen Skilltest mit dem XA21 mit Dennis Günther. Mal wieder am Stehen, oder? Die Map ist von LoserDeko HDN. Ein riesiges Möden Shield. 13 Punkte. Die Map kann es in sich haben. Ähm, ja. Hä? Oh. Wir müssen das fahren. Das wäre auch gefehlt. So, wir müssen da. Oh, das ist ja hier ein Twirtelding, oder? Nee, ist es nicht. Wir müssen uns da drehen. Ja. Hä? Fängt ja schon mal gut an. Das sind nur 13 Punkte. Also nicht ganz so viel. Man muss jetzt trotzdem mal gucken, ne? Ich probiere es jetzt mal mit gerade Gegenfallen. Ja. Jetzt dreht er sich schon mal. Super. Hopp. Ja. Oh. Das ist gar nicht mal von schlechten Eltern. Kann interessant werden. Muss man sich drehen? Nee, wa? Ja, muss man. Aber erst da auf dem Rollen. Nee, eigentlich müssen wir da. Ich lass mal schon davor, weil du brauchst den Speed, das Ding, ne? Das muss quasi hier schon drehen. Digga, die Kameraführung, alter. Ich muss mir eine andere Strategie überlegen. Ja, das hat sogar geklappt. Äh, genau so ungefähr. Und so noch dran gegangen. Ja, du brauchst wirklich den kompletten Speed. Nein, ich war doch schon dran. Du musst danach dich nur richtig ausrichten. Na ja, das ist das Schwere. Yo, hab ich. Und jetzt mit Full Speed. Hopp. Ja, guck mal, jetzt schafft man es doch locker. Oh mein Gott. Ja. Oh, ein Arschloch. Ein Flip. Lull. 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 Neun. Oh mein Gott, ist das hart. Ich sehe da nichts. Die Kameraführung ist für den Arsch, alter. Alter, das ist aber, äh, ja. Ach, aussortiert worden. So, wenn er mal dran ist, hier wird es noch schmalen. Beim schmalen kommt hier ein Flip. Musst auf die andere Seite. Und jetzt kommen die Stoppschilder. Äh, ja. Bis da bist du hervorgerichtet. Bis da bin ich noch nicht gekommen. Und jetzt eine Spirale hoch. Und nochmal Stoppschilder. Nein! Da war die Plattform mit dem Punkt. Mehr ist es nicht. Okay, alles klar. Oh mein Gott. Oh shit. Ja. Wieso wusste ich, dass ich jetzt an dieser Stelle scheitere? Ich habe es gewusst. Nein! Genau dagegen gefahren. Alla Tümer. Ah! Äh, lustig Scheiß. Why? Ah, nochmal Stoppchilder. Nee! Hast du das gesehen? Ich war an der Plattform, die scheiß Stoppschilder, man muss hoch. Oh mein Gott. Ey, wieso fass... Wieso verkack ich denn diesen kleinen Wallright? Ich versteh's nicht. Ich kann da nicht fahren, das geht nicht. Das wird nix, dass ich jetzt schon einen Bäcker, der auf dem Papier verkauft. So komm, jetzt schaffen wir's. Das Lead läuft immer noch, wir schaffen's mit dem Lead, so wie ich es gesagt habe. Ja. Ja. So wie ich es gesagt habe. Oh Mann. So, da sein Skilltest ist. Dann habe ich den Skilltest nicht bestanden. Na ja, dann ist es noch nicht vorbei. So, einmal. So, leider alter. Du, hä? Ach, Digga. Wie? Wie? Was zum... Digga, hier ist ne Bremse! Wie? Wie? Ich wusste noch, ob der nächste Punkt kommt. Come on jetzt alter, come on. Hä? Mach kein Scheiß hier. Ich weiß nicht. Fahr da ins Arsch. Ich hab auf, Alter, ganz ehrlich, das kann nicht sein. Ich verstehe nicht. Wenn ich selbst so schlecht bin, da rein zu fahren, dann kann es ja nichts werden, Alter, ganz ehrlich. Wahrscheinlich musst du jetzt zurückfahren. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Als ob ich hier wenden soll halt. Hey, Junge, ich... Nee. Diese Scheiß-Kamera regt mich so auf. Man sieht gar nichts. Hä? Ich... Ich... Nee. Ich bin da rein, oder was? Loll! Muss man da vielleicht rein? Das würde vielleicht Sinn machen, da ist ja irgendwo der Punkt, ne? Oh mein Gott. Wie soll man denn da rein? Vielleicht musst du erstmal da runter? Nee, da ist ne Bremse. Du kannst ja nicht fahren. Hab ich ja schon probiert. Wie du siehst... Da ist ne Bremse. Du hast sie gar nicht gesehen. Wahnsinn! Ja, wie soll man sich denn hier flippen? Warte mal, wo ist der Punkt? Da ist er doch drin, ne? Jetzt, next try. Da ist der Punkt. Hä? Hä? Warte mal. Der Punkt erreicht durch diese weiße Spirale. Wie komme ich da hin? Jetzt muss ich mal gucken. Ich war echt so inkompetent. Ah! Was? Also auf jeden Fall richtig, was ich gesehen habe. Ich muss da rein und dann muss ich... Digga, ich muss in dieses blaue von dem blauen, muss ich dann flippen. In die ganzen anderen. Da unten dann in die Spirale. Von da noch auf eine andere Spirale springen. Und dann habe ich erst den Punkt. Nice! Und ich habe keinen Plan, wie ich bei dem Winkel eigentlich so scheiß Typ kommen soll. Also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Vielleicht reicht es ja auch, wenn ich... Nein! Nein! Uff. Das ist... Das ist ne Sau, ey. Die Stelle ist ne Sau. Diese Kameraführung. Ich weiß nicht wie. Eine Ewigkeit später. Leute, hier ist keine Bremse? Da oben ist keine, weil kann ich hier wenden oder was muss ich hier wenden? Ich kann nicht mehr. Lul! Ich kann nicht mehr. Jetzt habe ich erst verstanden, wie das geht. Beziehungsweise wie er sich vorstellt, dass das gehen soll. Du sollst im Sprung wenden, musst die Spirale rückwärts runterfahren. Dann musst du sie vorwärts wieder hochfahren und dann von der anderen Seite in die Tube flippen. Man soll da rückwärts die Spirale runterfahren. Okay. Alles klar. Ah, ich bin zu spät. Rückwärts die Spirale runter. Ist klar, Freunde. Ist klar. Wunderbar. Ach, ist ja ein solider Traum. Wieso machst du keine Handbremse? Ist doch die Taste. Oh, rückwärts. Weil du sonst, weil da eine Bremse ist. Du kommst ja nicht vorbei. Oh, rückwärts. Ja, rückwärts werden Bremse nicht aktiviert. Siehst du, das ist eine Bremse. Hä? So wie mit Speeds. Hm. Ja, okay. Uff. Das ist ja auch nicht dein Ernst. Nee, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Aber es wird doch einen Grund haben, dass man hier vorbeifahren kann an dem Speed. Muss man hier vielleicht runterfahren und dann hier irgendwie wenden. Aber wer, wer soll denn hier wenden? Uh. Hm. Hätte ich nur die andere Richtung lenken müssen. Probieren wir es mal ein bisschen. Ja. Genau so geht's. Das ist ja, das geht doch. Das wird man so hart hören. Ja. Ja. Zum ersten Mal. Zum allerersten Mal. Er hat sein erstes Mal. Er hat sein erstes Mal. Und schau was. Mann. Wie soll man denn da flippen? Ich glaube, du sollst nicht flippen. Du sollst auf dem Kopf. Sliden und dann in den weißen. Und dann gerade weiterfahren. Weißt du? Das würde von der Geschwindigkeit, glaube ich, noch funktionieren. Ja. Probieren wir jetzt. Ups. Ich bin ein wenig abhanden gekommen. Nein. Fast nochmal geschafft direkt. Das ist schaffbar. Jo. Nochmal geschafft. Super. Jetzt haben wir es da. Jetzt haben wir langsam den Flow. Okay. Dann probiere ich jetzt einfach Full Speed. Ich habe den Speed nicht mal bekommen. Ich brauche immer das Pech, dass sie dann unten oder oben sind. Eigentlich ist es ideal, dass sie oben sind. Da musst du versuchen drauf zu springen. Und dann hast du dir direkt an der Plattform. So selten wie stark ich hinkomme. Ah, scheiße. Warum kein Speed? Ja, jetzt krieg ich den Speed, wenn ich runterfalle. Und dann hast du schon. Ja, das ist geil. Ja, ich will jetzt einmal einen vernünftigen Flip haben hier, das kann doch nicht sein. Junge, ich verstehe es einfach nicht. Er flippt so, er macht null Anstand, sich irgendwie flippen zu wollen. Und ich weiß nicht, warum. Es fackt mich ab, dass dieser Spastwagen nicht das macht, was ich möchte. Oh Mann. Das ist belastend. Was ist das? Der Controller ist vom Schoß hier rutscht, sorry. Das ist natürlich hochbelastend. Vielleicht habe ich ihn jetzt ja mal gerade gerückt. Hey, guck mal, der hätte das viel früher gebraucht. Guck mal, wieder. Ey, ich verstehe es mit dem Taschen. Ich kann es mit dem Taschen durchgehen. Ja, ich schaffe es immer öfter. Mach das mal aus mit Schlaschen. Ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll. Was soll Dieter Brüner zu sagen? Was wird Dieter Brüner holen? Was ist denn tot? So schussendlich weg. Was war das? Was ist eigentlich falsch? Ach, falsch mit dem Mund? Du bist immer noch bei zweitem Punkt. Warte noch beim ersten. Ich habe ja auch keinen Skill. Nein! Und jetzt? Jetzt drehen. Ach, muss ich hier einfach vielleicht mit Speed rein? Nein! Nein! Und dann so? Wenigstens vernünftigen Try, aber nein! Ich glaube, du musst da drin die Richtung wechseln. Nein, ich glaube. Warte, ich muss mir das angucken. Ganz kurz. Ich muss mir das kurz... Also, da kommt man so rein, fährt so. Wenn ich jetzt... Ey, so berühren wir letztes Mal, ja. Ne, kein Plan, ich muss das prüfen, wenn ich da bin. Ganz ehrlich, ich kann das hier nicht checken. Komm! Komm! Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, du musst die Richtung wechseln. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich da... Ja, genau so muss ich es machen, aber... Es würde doch auch hinhauen, wenn ich das auf dem Dach mache. Ja, ich probiere es. Ja! Jetzt flipp dich zum fucking nochmal richtig. Ohne Spaß. Ja. Es ist aber auch... Wenn man gar nichts gesponsert kriegt, so ein Ding ist das nicht. Okay. Komm, man, die wird... Gibt ja auch was nach. Ja. Huh! Da ist er, der Flip! Warte, jetzt musst du dich irgendwie... Nein, flip doch! Warum flippst du nicht? Das ist so eine Zufall... Das ist so eine Zufallssache. Das ist so eine Zufallssache, wie du dagegen prallst. Entweder er flippt oder er flippt nicht. Und das zweimal hintereinander ist der Witz. Oh, Mann! Einigen uns darauf, dieser... Parcours hat nichts mit Skate zu tun. Weil... ...das mit den Stopp-Shirlern auch einfach pufes Glück ist. Wenn du Glück hast, sind sie unten... Äh, oben. Wenn du Pech hast, sind sie unten. Was bei mir immer ist. Ah, süß. Jetzt fahre ich dagegen! Aber... Ich kann auch nicht alles schaffen. Jetzt... Du... Demo! Das speed! Was? Was? Du bist da gleich einen Weg gefahren wie ich. Und ich fahre ein... ...docklinger rein. Guck mal, jetzt sieht es so gut aus. Yes! Hey, digga! Das ist so realistisch, alter! Das speed ist alles. Und... Jetzt... Nee... Oh, ich bin dagegen geprallt. Oh, mein Gott. Nein! Er fährt einfach gegen... Ich verkack so dämmen. Wie man verkacken kann. Es ist so dämlich. Jetzt kriege ich nur den scheiß Spawnpunkt hier. Komm, nirgts. Die heißt Orient und ist Origin Fan. Ja! Ja, komm, ganz ehrlich. Geflip mal rüber. Nein! Du kriegst doch nicht. Ich krieg's doch hin und dann... ...so was, alter. Ich war doch schon an dem scheiß War Raider, alter. Wenn ich den nicht... Ich kann deine Nacht bauen. Ja, es juckt mich so ein scheiß Tag, meine Nachbarn. Die müssen auch dauernd laut machen. Und mit 23 Uhr die Waschmaschine an und so. Und so... Das wäre episch geworden, wenn wir dann beide das geschafft hätten, aber leider. Wie geil war das denn? Wir dürfen nicht so dicht nebeneinander fahren, eigentlich. Oh, danke. Gott, ja. Jetzt warte kurz. Geil war das denn, alter. So, jetzt muss das eigentlich passen. Einen vernünftigen Trial. Ja. Ey. Jetzt ist es auch rief. Jetzt war ein bisschen ein Fass. Ja. Schade. Mein Gott, ey. Das ist echt. Das ist eigentlich der Trial, bei dem ich dir richtig versauen wollte. Nein. Wenn ich es jetzt so ordentlich geschafft hätte, dann wäre ich kein Trial richtig. Ey. Ich weiß es wirklich nicht. Eine Ewigkeit später. Senorita. Mach' ni' schwinita. Ja. Bob. Bo-ro-ro-ro-bop. 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 Bo-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro Das war's für heute. Das ist toll. Das war's für heute. Es wird nicht mehr gut werden. Nein, ich bin nicht schon zu spät. Du musst jetzt nur noch hochfahren, du hast es, du hast es, Digga, ne bitte, du hast es, jawohl, ohne Scheiß, Digga, 138 fucking Minuten und ne scheiß Pizza zwischendurch, ja, das hat es gebracht, ja, ja, weiter geht es, Freunde, ohne Scheiß, ich kann nicht mehr, aber es ist schon wieder so ein Wänden-Dinge haben müssen, meine Güte, ich bin dafür. Ja, ist klar, ja, alles klar, also man soll hier praktisch rückwärts und dann wieder drücken. Das schmeckt, das geht genauso scheiße weiter. Oh shit, das kann ich so twiggy, glaube ich. Hm. Digga, das ist so. Das ist so fun. Oh. Hm. Wird nichts. Hm. Boah. Mit dem Speed kann man arbeiten. Ja klar. Die Definition für 8% hat sich aber verändert, du. Das sind 8% die wir gerade spielen. Ja. Mh. 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 Und dann mal das inleben in einem schwarzen. Nein! Ich war doch fast dran! Ich war fast dran! Das gibt es nicht, wir schaffen das sowas von, Alter. Und das sehr bald. Uh, yeah. Nee, ist nicht dein Ernst. Kann man die irgendwie da unten durch und dann... Hat das hier ein Ende? Hat hier ein Ende. Also man könnte das rein theoretisch. Passt ja. Weiß nicht, ob du meinst, das passt. Egal, das ist noch eine Uni mit fast full life. Ehrlich. Als ob mein Team nichts drauf hat oder so. Nein! Nicht kriegt mich einfach nicht seitlich gerichtet. Ich weiß nicht. Mann! Ey, es ist immer so eng. Wir sind bei 95% Hammer die Stille. Aber die 50% kriegen wir einfach nicht mehr hin. Ich hab jetzt auch nicht mehr in den Kopf dafür. Ich sitze jetzt zum Beispiel auf dem. Da könnte ich das durchaus gebrauchen. Hier, mein Richtschütze. Der ist doch... Der ist doch... Der ist doch... Schön ruhig. Wie soll man denn das da machen können? Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll mit den... Äh, mit der Erfahrung drauf machen. Nein, leck mich am Arsch. Der Scheiße aus der Tierar. Du gehst mir so auf den Sack. Ey, ich hab verkackt. Es gibt Aufträge, die man machen... Alter, leck mich. Schwerer Panzer, was krieg ich dafür? Alter, was ist das für ein Aussortierer? Alter! Fäger! Fäger! Nee, Freunde. Das ist zu krank. Ich hätte jetzt hier durchgemusst. Dann hätte ich in die Röhre... Da hoch. Da ist eine riesen Lücke. Dann hätte ich da oben wenden müssen. Dann die scheiß Lücke wieder zurück. Dann hätte ich den scheiß Aussortierer wieder machen müssen. Und dann... Und dann... Muss ich... Weiter da hoch. Und da oben irgendwo... Ist noch ein Wall, right? Hä? Aber von da komm ich doch. Hä? Äh, nee. Ach, es dürfen nur bis Stufe 5 oder was? Nee, da ist der Punkt. Lol, geil, Alter. Das müsste ja easy sein. Ach, ich hab's schon erst mal geschafft, aber ganz ehrlich. Aber dann kriegt man das ja auf dem Tank, oder? Ist ja auch scheiße. Ja. Das ist dieser Punkt hier, der... Diese Map sprengt einfach sämtliche Vorstandskraft. Hey, der von der Verzüglichkeit gehört, Digga. Niceer Typ. Ich hab zwar ein bisschen geholfen, aber... Mal hin, das muss man trotzdem erstmal machen. Das Problem ist, dass das Objekt noch lebt. Und die IS-3 lebt noch. Und der York-Panzer-2 lebt noch. Also... Ja, ich bin wieder dran. Da kann mich eh warm schatten. Also Tod sind fehlt trotzdem. Seger nach 200 Minuten bin ich zum zweiten Magen dran, ne? Die Black Prince hat auch noch irgendwie gefehlt. 100 Minuten leben. Ich werd wieder Monster-Tierer versagen. Das seh ich jetzt schon, Freunde. T-34, wo bist du? Sie ist auf dem Wall, weil es sind doch noch unsichtbare Bomben hier, ne? Ja, genau. Wie? Digga, wie sich alle verpissen, Alter. Ja. Wieder dran. Neuer Versuch, Freunde. Nach 22 Minuten. Wir haben es in 22 Minuten wieder ein einziges Mal geschafft, ne? Oh mein Gott. Ich brauch bestimmt noch 10-12 Tries hier. Das wird ne lange Nacht. Vielleicht die längste Map ever. Gta-Geschichte. Hm. 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 Was hat die Amba wieder? Ich verpass sie! Wie kann man da verkacken? Ah, ich bin einfach so durch mittlerweile. Das ist so. Das ist so f***. Komm. Das war so perfekt. Wenn der hier nichts wird. Ja. Mein Gott. Das ist so scheiße. Einfach nur. Kf1s. Tschüss. Digga, wir haben das Spiel gedreht gerade. Binnen Sekunden. Binnen. Gute sogar diese Minen. Oh, der Harrel und der E25 hier. Die rosieren ordentlich. Ich hab ja gesagt, der E25 wird ne Macht. Gut. Ich hab ja gesagt, der E25 wird ne Macht. Ich hab ja nicht den Cola-Keks über so'n Battle. das wäre wenn jetzt irgendwie hier anhalt da stehen bleibt uns neue junge diese märz sie sind mal in die ketten der ganz ehrlich jetzt habe ich gerade wirklich rüber geschossen legger war mein puls alles alter schädiger schaden nach beteilung von dort wir schaffen es immer häufiger das ist immer ein gutes indiz dafür dass wir es irgendwann schaffen der körper fühlt sich abgefuckt ich bin aber betäubt ich habe ihn betäubt der gar nimmt den jetzt im sekunden noch moment ist ganz schön krass gerade alter ich habe 291 gedrückt wie komme ich beim stufe 9 also ich tue mich sehr egal das ist aber die wgw panther dann mache ich 300 ist doch krank ist doch krank der scheiß ist doch absoluter sau was ich schaff die scheiß map man ich schaff die map und wenn ich hier noch bis 3 uhr nacht sitze man hier ist wieder eine bremse hier ist wieder eine bremse die werden so hart hier in der ecke campen alter hä aber wie oh hier ist ein bomb gefallen wir schauen uns erstmal an freunde oh da steht ein jad ponta hallo jad ponta hä aber ich kann niemals so kurz auffahren 286 ich habe 42 sekunden betäubungsschaden gemacht schon schon sehr heavy alter ich werde aber noch irgendwas rum hä aber ich muss ja eigentlich die artillerie die steht hier irgendwo die fährt alle bäume platt siehst du das kommt jetzt mal an ja ich seh das ja kann man da vielleicht irgendwie vorbeifahren wir gucken erstmal oh wow digga sagt doch dass ihr sie tötet junge oh junge warum aber sonst hätte ich auch ganz ehrlich was ist denn das jetzt hier für eine scheiß stelle ich kann die spirale doch nicht rückwärts hochfahren naja der progetto wird es nicht überleben ist aber klar oh ich konnte den ich konnte die bremstreifen überspringen jawohl so ist es vielleicht nicht gewollt gewesen aber ganz ehrlich dann muss das besser bauen ich habe den punkt hat da lecke mich am harsch noch mal schießen schnell vielleicht treffe ich ihn noch mal wenn ich ihn jetzt zerstört hätte okay dass mit dem bremsen den trick kennen war jawohl es wird einfacher freunde wir schaffen es wir schaffen das freunde ich glaube daran marke meisterschutz persönliche reservatoren bedankt aber die können vielleicht groß 2 alles klar ich habe einfach mal so eine schlechte crew auf der ich habe einfach 51.000 erfahrung aber so eine crew das ist auf jeden fall richtig bei mir das ist auf jeden fall sehr an oh ja komm nein kriegen wir wir kriegen das hin freunde ich glaube das ist der letzte punkt da oben ich glaube das ist die zielplattform das ist der letzte spring wir können hören komm 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 nein vier stunden 240 minuten nein 4 stunden und 2 minuten 4 stunden und 2 minuten 4 stunden und 2 minuten bitte war es das komm ja das war es ich habe es geschafft oder ja ich habe es geschafft nach 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 4 stunden und 2 minuten leck mich am arsch für 8000 money alter mein aufnahme läuft seit 4 stunden 6 ich will gar nicht wissen wie groß die ist ich brauche erstmal was zu saufen oh scheiße ich kann nicht mehr hat mich komplett zerstört freunde ich kann nicht mehr ich bin am arsch ich muss das spiel jetzt sofort beenden ich muss das spiel einfach sofort beenden trotz mir bei jetzt wird was anderes gezockt freunde ich bedanke mich bei jedem einzelnen der noch an mich geglaubt hat dass ich das noch schaffe ich habe es selbst irgendwann nicht mehr geglaubt aber ich habe es tatsächlich geschafft und darüber bin ich jetzt einfach nur noch sehr sehr froh Freunde das war es für diese Folge in der nächsten Folge machen wir was dringend dringend anderes sorry dass ihr gerade ein Standbild habt äh mein Rechner ist gerade noch dabei hier GTA fertig zu machen so alles klar das war's ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs zuschauen sage tschüss und bis zum nächsten mal auf Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.